Wie erhöhst du als Coach deinen Trust und dein Vertrauen in dein Angebot und in dich, indem du richtig gute Bewertungen einholst? Mein Name ist Alexander Kraus, ich bin Geschäftsführer der Digital Honeycomb GmbH. Zusammen mit meinem Team unterstützen wir Coaching- und Beratungsunternehmen dabei, online neue Kunden zu gewinnen. Wenn man an Trust und an Bewertungen denkt, dann denken viele erstmal an Bewertungsplattformen. Und damit möchte ich jetzt auch gerade mal anfangen. Es gibt nämlich drei Bewertungsplattformen, die du als Coach oder für dein Coaching- und Beratungsunternehmen grundsätzlich sehr gut nutzen kannst. Und die erste Plattform hier ist Google-Bewertungen. Google-Bewertungen ist super simpel, weil du hast wahrscheinlich eh ein Google-Konto. Du hast normalerweise auch diesen Google My Business Eintrag und dort bist du auffindbar und dort kann dich jeder bewerten. Es ist technisch sehr unkompliziert, es kostet kein Geld und du kannst einfach da auch den Link generieren, den Link an deine Kunden schicken und sagen, bitte hinterlass mir mal hier eine Bewertung. Und Nachteil ist eigentlich nur, dass es sich nicht so gut auf der Webseite einbetten lässt. Da musst du immer auf extra Tools zurückgreifen. Nicht jeder sieht das oder weiß, dass es sich da bewerten kann. Und ja, es hat jetzt nicht so diesen super hohen Trust-Score, aber es ist halt eben sehr einfach und sehr unkompliziert, sich dort bewerten zu lassen. Eine weitere, gerade in diesem Dienstleister-Segment sehr bekannte Plattform ist Proven Expert. Proven Expert nutzen wir selber auch schon zum Beispiel seit vielen Jahren. Und bei Proven Expert hast du den Vorteil, dass es zwar ein bisschen Geld kostet, aber es auch nicht so teuer ist. Das heißt, es ist noch von den bezahlten Bewertungsplattformen eine sehr günstige Variante. Aber du hast hier die Möglichkeit, ein bisschen Einfluss auf die Bewertungen zu nehmen, indem du zum Beispiel auch Bewertungen wieder ausblendest, die nicht dem entsprechen, was du gerne zeigen möchtest. Soweit ich weiß, wirkt sich das zwar trotzdem auf deinen Sterne-Scoring aus, wenn da jetzt eine schlechte Bewertung reinkommt. Aber wenn du willst, dass dieser Text halt nicht erscheint, dann kannst du den tatsächlich auch einfach ausschalten. Und der Vorteil ist, dass du es sehr gut marketingmäßig weiterverwenden kannst, weil du von Trustpilot viele Widgets und Zertifikate bekommst. Also zum Beispiel für deine Webseite so Slider, wo dann die Testimonials durchsliden oder so ein Banner, der von rechts in den Bildschirm reinkommt mit den Bewertungen, mit der Empfehlungsquote. Das sieht dann mal gut aus, wenn da dann steht 95 Prozent, 99 Prozent Empfehlungen. Das ist sehr gut gelöst. Und du bekommst teilweise auch, wenn du sehr viele Bewertungen dort sammelst, richtige Zertifikate als Top-Dienstleister deiner Branche oder als bestbewerteter Dienstleister in deiner Branche. Das kann sehr interessant und lukrativ sein. Die dritte Plattform, die auch sehr beliebt ist, ist Trustpilot. Trustpilot ist etwas teurer eher an der Stelle. Genau das Pricing muss man da dann individuell mal anfragen und sich einholen. Aber das Schöne ist, dass Trustpilot auch wiederum ein sehr hohes Vertrauen bei den Endkunden genießt. Das heißt also, gerade im B2C-Markt, also wenn du Privatkunden ansprichst, dann ist Trustpilot ein sehr seriöser Anbieter, wo sich Kunden auch tatsächlich sehr stark darauf verlassen. Und Trustpilot ist aber gleichzeitig auch, und wahrscheinlich kommt halt daher dieses hohe Vertrauen in die Plattform, eher ein strenger Anbieter. Das heißt also, mal ein paar Beispiele zu nennen, wenn du jetzt eine 1-Sterne- und eine 5-Sterne-Bewertung hättest, also nur diese zwei, dann wäre dein Score nicht 2,5 Sterne, also die Mitte, sondern dein Score ist dann wahrscheinlich 1 Stern oder 1,5 oder 1,2 Sterne oder so. Also die schlechten Bewertungen ziehen dich da viel stärker runter. Das heißt, du brauchst wirklich sehr viele, sehr gute Bewertungen, um dort einen hohen Score zu bekommen. Das heißt, es ist sehr endkundenfreundlich an der Stelle. Du kannst nicht Bewertungen einfach ein- und ausblenden. Wenn ich jemanden bewerte, dann ist die Bewertung erst mal da. Wenn das fälschlich ist, was da steht, also jemand lügt, dann kannst du natürlich rechtlich mit einem Anwalt dagegen vorgehen, aber sowas kostet dann natürlich auch wieder Geld. Und du kannst auch dein Profil nicht einfach löschen. Das heißt also, wenn du dort bewertet wirst und du irgendwann sagst, ja, das passt mir jetzt nicht so gut, ich lösche jetzt einfach mein Profil und mache ein neues auf, das geht tatsächlich nicht. Also du bist dort sehr, sag ich mal, ausgeliefert dem, was da passiert. Dafür genießt es ein sehr hohes Vertrauen. Also wenn du ein sehr guter Anbieter bist und auch sehr viele, sehr gute Bewertungen immer bekommst, lohnt sich diese Plattform auf jeden Fall für dich. Wenn du teilweise noch am Anfang stehst, vielleicht nur ein, zwei Bewertungen überhaupt gerade einholen könntest, wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, würde ich erst mal ein bisschen sammeln, bis du mehrere Kunden hast, die in einer kürzeren Zeit dir dann auch positive Bewertungen dort geben. Doch Bewertungsplattformen ist ja nur ein Weg, um diesen Trust zu bekommen. Neben Bewertungsplattformen gibt es ja auch noch die Möglichkeit, einfach selber Bewertungen direkt von deinen Kunden einzuholen, also nicht über eine extra Plattform zu gehen. Und das machen viele, indem sie diese Referenzen dann auf ihrer Webseite abbilden. Und dort gibt es vier, fünf verschiedene Varianten, wie diese Referenz aussehen kann. Die erste Variante ist eine reine, fast anonyme Textreferenz. Das heißt, wenn einfach diese Sabine A. schreibt, das war ein toller Kurs, das war ein tolles Seminar. Das ist okay, das Problem ist nur, dass dir das von deinen Kunden eigentlich keiner glaubt, weil du hast da einfach irgendeinen anonymen Namen mit irgendeinem Text hingeschrieben, ob das jetzt echt ist, ob es diesen Kunden tatsächlich gibt oder ob du einfach gelogen hast. Das kann keiner prüfen und die Hürde da einfach, was gelogenes hinzuschreiben, ist so gering, dass viele Kunden dir da in dem Punkt dann einfach auch nicht wirklich vertrauen. Das heißt, da kannst du es eigentlich auch fast sein lassen. Also wenn du keine richtigen Bewertungen hast und da irgendwas Anonymes mit Stichpunkten hinschreiben willst, dann lass es vielleicht sogar fast sein. Etwas besser ist dann schon die Bewertung, die zwar auf Textbasis ist, die dann aber vielleicht noch ein Bild dabei hat, also ein echtes Bild, jetzt bitte kein Stockfoto oder so, sondern einfach ein normales, natürliches Bild der Person, die den vollen Namen der Person hat und noch eine zielgruppenrelevante Info dazu. Und eine zielgruppenrelevante Info kann zum Beispiel der Unternehmensname, die Unternehmensbranche sein, wenn du ein B2B bist. Also wenn du zum Beispiel selber ein Coaching für Handwerksbetriebe machst und du hast eine Referenz, dann wäre es gut, wenn da nicht nur Max Mustermann steht, sondern wenn da Max Mustermann Tischlerei Mustermann steht. Also dass man sieht, okay, das ist das Unternehmen, was dahinter steckt. Anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel ein Abnehmcoaching anbietest, dann wäre da gut, wenn dort der Name steht und dahinter zum Beispiel Start und Endgewicht. Oder wenn du vielleicht ein Beauty-Thema anbietest, wäre vielleicht gut, wenn das Alter der Person dabei steht. Also irgendeine Info, mit der sich deine Zielgruppe selber dann nochmal identifizieren kann, dass sie auch von da nach da will oder auch in diesem Bereich selber tätig ist. Dann die nächste Variante sind Sprachtestimonials. Das sieht man eigentlich ziemlich selten. Ich finde das aber eigentlich eine ganz coole Variante. Du fragst deinen Kunden einfach, hey, kannst du mir mal eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und mir ein Feedback zur Zusammenarbeit als Bewertung geben? Dann spricht er einfach in WhatsApp dir eine Sprachnachricht auf und du kannst diese Sprachnachricht bei dir einbetten, vielleicht auch mit Namen und Bild der Person. Das hat zumindestens a, auch sehr wenig Aufwand für deinen Kunden und b, es hat doch nochmal einen deutlich höheren Trust-Faktor als ein reiner Text, den jemand schreibt. Weil durch diese Sprachnachricht erkennt man ja die Stimme und mit der Stimme weiß man auch, dass du das jetzt nicht gefakt hast oder nicht selber gemacht hast. Also es wirkt nochmal echter und authentischer. Dann die, ich glaube, das ist jetzt die vierte Möglichkeit, Video-Testimonials zu machen, also Videokundenstimmen. Da gibt es vor allem einmal die Zoom-Variante, die sehr schnell und unkompliziert aufgenommen ist. Das heißt, du triffst dich mit deinem Kunden einfach in einem Zoom-Meeting, stellst ihm ein paar Fragen und zeichnest das als Zoom-Meeting auf. Das, ja, das ist okay. Es hat jetzt nicht so einen professionellen Charakter. Das heißt, da kommt jetzt nicht so eine Wertigkeit, kein so hochwertiges Branding von dir rüber. Aber es transportiert schon mal auf echte und authentische Weise ein reales Kunden-Feedback. Und jemand, der sich sehr stark für eine Zusammenarbeit mit dir interessiert, der wird darauf auch Wert legen. Und der fünfte Punkt sind dann die tatsächlich hochwertig aufgenommenen Videokundenstimmen. Das heißt, das sind Kundenstimmen, wo du mit einem Videografen zu deinem Kunden fährst oder der Kunde zu dir kommt und du mit einer hochwertigen Kamera in einem Interview-Setup deinen Kunden interviewst. Das wirkt jetzt nicht unbedingt glaubwürdiger als die Variante über Zoom, aber es hat einfach einen besseren Effekt auf dein Branding und auf deine Außenwirkung. In einem anderen Video haben wir auch schon über das Thema Branding und die Wichtigkeit davon gesprochen. Und diese Qualität, die du auch in diesem Kundeninterview zeigst, die strahlt auch aus, dass deine Kunden eine hohe Qualität haben, dass dein Coaching und dein Angebot eine hohe Qualität hat. Deshalb ist das sehr, sehr nützlich, so etwas zu nutzen. Kostet natürlich mehr Geld und mehr Aufwand als alle anderen Varianten. Aber drei, vier, fünf hochwertige Videokundenstimmen sollte eigentlich jeder mal haben. Wenn das für dich jetzt interessant war und du selber auch deinen Trust erhöhen möchtest und vielleicht mit uns zusammen daran arbeiten möchtest, dass du mehr Kunden gewinnst, damit du dann auch wieder mehr gute und positive Bewertungen bekommen kannst, dann können wir dich dabei unterstützen. Wir schalten gerne deine Marketing-Kampagnen für dich, egal ob Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn oder sogar noch andere Kanäle oder auch Google natürlich. Und wir erstellen auch deine Marketing-Funnels, das heißt deine Landing-Pages, deine Webinare, dein E-Mail-Marketing und übernehmen das ganze Tracking und Controlling von diesen Angeboten, von diesen Funnels und Strategien. Das alles ist in unserer Dienstleistung inkludiert. Ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, ob das für dich auch interessant ist, wie wir dich dabei konkret unterstützen können. Dazu kannst du ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren. Geh dazu einfach auf www.digitalhoneycomp.de, such dir da einen Termin aus und dann lass uns sprechen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal, dein Alex.